Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game Two. Heute mit Death Stranding. Und dann kommt erst mal lange nichts. Und dann kommt Luigi's Mansion 3 unter dem Radar. Ist ja auch ganz gut. Nehm mal mit. Aber Death Stranding. Komm, wach, wach, wach. Und los geht's mit Luigi's Mansion 3. Im neuen Abenteuer darf Super Marios kleiner Bruder mal wieder mit Staubsaugern rumlaufen. Und viele verschiedene Unruhe. Die Leute wollen doch jetzt hier Death Stranding sehen. Wollen wir das nicht einfach machen? Das sollten wir ans Ende packen, damit die Leute dranbleiben. Retention-Rate. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber die Leute werden auch trotzdem liken. Die werden trotzdem kommentieren. Die geben uns einen Daumen. Die sind coole Leute da draußen. Wenn wir das jetzt einfach anmoderieren, kann ja auch keiner was dagegen tun. Sehr gute Idee. Hier kommt Death Stranding. Halleluja, es ist uns erschienen. Death Stranding, das rätselhafte Mammutwerk von Entwickler-Heiland Hideo Kojima. Bereits die Trailer der letzten Jahre warfen ja tiefgründige Fragen auf. Warum lebt das Baby in dem Fischgas? Warum zerkaut die blasse Frau Raupen? Und wieso läuft dem Typen Thea aus dem Kopf? Antworten gab's kaum. Kojima-Fans erträumten sich einfach in der Not ein total tiefschürfendes Moos- und Felsen-Drama. Andere fragten sich, was für'n Moos Kojima eigentlich geraucht hat. Denn aus seinem genialen Kopf stammen ja sämtliche Aspekte des Spiels, was er in einem Kojima-typisch bescheidenen Tweet bekannt gab. Warum zum Beispiel sieht das Zukunftsamerika einfach eins zu eins aus wie Island? Laut einem Interview war er da wohl vorher im Urlaub. Zur Inspiration. Zeit, ihm persönlich einige Fragen zu stellen. Herr Kojima, danke, dass Sie gekommen sind. Es ist uns eine große Ehre. Hi, Kojima, Superstar. Ja, ich bin ein Superstar. Stimmt es, dass Sie sich Inspiration in Island geholt haben? Hi. Ja, das stimmt. Davor war ich im Urlaub auf Mallorca. Ich war voll wie zehn Reisbauern. Doch dann bemerkte ich, dass Gleichgewicht halten Spaß macht. Vor allem, wenn man ein Baby dabei hat. Ist das nicht eher traurig? Ja, deshalb ja die traurige Musik im Spiel, du Dummkopf. Okay, das soll Kojima sein? Sieht eher aus wie ein verhungerter Harald Glöckler. Aber mit der melancholischen Musik hat er auf jeden Fall recht. Die sorgt nämlich zusammen mit der kargen Landschaft für eine einzigartige Grundstimmung. Und das Gleiche gilt für die Geschichte. Die ist für mich trotz bleibender Fragezeichen das Highlight von Death Stranding. Man spielt Sam, dargestellt von Norman Reedus. Einen Paketboten, der in einem verwüsteten Zukunftsamerika zwischen Städten und Bunkern umherläuft, um lebenswichtige Dinge wie Medizin, Nahrung oder Werkzeug anzuliefern. Er spricht dabei fast nur mit Hologrammen. Denn die Bewohner der Städte und Privatbunker wagen sich nicht mehr ins Freie. Nach einem Ereignis, das die USA fast zerstört hätte, kommt es nämlich zu seltsamen Regenfällen, die alles, was sie berühren, im Zeitrafer altern lassen. Zudem tauchen innerhalb dieses Zeitregens seltsame Schattenwesen auf. Die sogenannten GDs, die Menschen in den Tod reißen. Um diese Wesen mit einem Scanner sichtbar zu machen, tragen Boten wie Sam ein Bridge-Baby bei sich. Diese wurden Müttern entnommen, die bei der Geburt starben, wodurch sie eine Brücke ins Reich der Toten ermöglichen. Obendrein lauen in einigen Gebieten die sogenannten Mules. Das sind Nomaden, die jeden überfallen, der Waren bei sich trägt. Sam bekommt in dieser bedrohlichen Situation von der Organisation Bridges den Auftrag, die isolierten Städte der USA neu zu vereinen. Er soll sie durch ein neuartiges, chirales Internet miteinander verbinden und sie mit Paketen beliefern. Die Story ist wirklich gut, bleibt aber extrem seltsam. Wie zur Hölle fällt einem sowas ein? Herr Kojima, können Sie erklären, wie Sie auf die Story gekommen sind? Hi! Ein Bote, der genauso aussah wie Norman Reedus, hat mir einst ein Paket gebracht. Aber es war kaputt. Ich sagte ihm, Du Wurm, ich bin Kojima, Superstar. Doch der Hund warf mir das Paket an den Kopf. Auatsch! So weggeschallert fiel mir die Story von Death Stranding ein. Ja genau, sehr witzig. Kojima, Itai! Das war sehr schmerzhaft, du Hund! Paket in deine Fresse. Au! Okay, ich hab das Gefühl, Hideo Glöckler's Story könnte hinhauen. Denn abseits der Promi besetzten Cutscenes macht man in Death Stranding tatsächlich nur eine Sache. Mit Norman Reedus Pakete liefern. Okay, man kann auch ganz viel Zeug craften, was bei den langen Reisen hilft. Aber zumindest am Anfang war Death Stranding für mich ein einziger Krampf, den ich mal versuche zu beschreiben. Sagen wir, man bekommt den Auftrag, Pakete zu liefern. Surprise, motherfucker! Waren und Ausrüstungsteile holt man sich an Terminals. Die wurden offenbar programmiert von einem boshaften Entwickler mit perversem Untermenü-Fetisch. Und dank einer Knopfbelegung aus der Interface-Hölle hat man null Bock auf die Gewichtsverteilung zu achten. Zur Strafe eiert man mit einem monströsen Kistenturm nach draußen wie ein besoffener Gemüsehändler. Da muss wohl ein Fahrzeug her. Schnell ins praktische Frachtmenü und rucki zucki aufladen. Es folgt ein schneller Blick auf die Karte, wo mehr Icons blinken als Gräser wachsen. Der Zielort lautet am Arsch der Moosheide 11a. Cool, los geht der wilde Ritt. Weil aber das krasse Future-Motorrad an jedem Kieselstein zerschellt, muss ich zu Fuß weiter und darf den Endzeitplunder minutenlang mit den Schultertasten ausbalancieren. Ein Riesenspaß. Danach muss ich über den Fluss und hab keine Leiter mehr. Schwupps, reißt mich die Strömung weg und ich muss dem ganzen Nippes hinterher rudern. Das war anstrengend. Sam muss jetzt dringend schlafen und sich die Schultern massieren. Außerdem schreit das Baby. Es will geschunkelt werden. Minutenlang. Als nächstes entdecke ich eine Gruppe Mules. Ich baue einen Wachturm, mit dem ich sie abscannen kann. Für einen Moment flackert Spielspaß auf. Doch sie entdecken mich sofort und 15 verblödete NPCs jagen mich mit Elektrostöcken durch die Pampa. Ich werde sauer. Ich will kein dummer Paketloli sein. Also fahre ich sie mit ihrem eigenen Laster zum Mus. Wunderbar. Die spontane Gewaltorgie ist wie ein kurzer Frühlingsregen in der Spielspaßwüste. Aber ich muss ja weiterziehen. Ich spaziere staunend durch grüne, graue oder auch mal beige Kiesgruben. Kurz darauf setzt der geheimnisvolle Zeitregen ein. Cool, das lässt meine Ware vergammeln. Außerdem schreit das Baby wieder. Aus Frust pinkel ich neben den Fluss und es wächst ein Pilz. Immerhin. Am Ende finde ich noch ein verlassenes Motorrad und poltere wütend Richtung Ziel. Passend untermalt von entspannter Emomucke. Ich komme an und irgend so ein austauschbarer Hologrammtyp sagt, naja, das geht besser, das Zeug hat Kratzer. Oh nein, er gibt mir weniger Likes. Das sind die Erfahrungspunkte im Death Stranding. Ich steige auf zum Frachthelfer. Der kann mehr Pakete tragen und stolpert nicht so schnell. Ein Traum wird wahr. Ich habe ein Paket für dich. Okay, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen übertrieben. Das Ding ist einfach, Death Stranding braucht Planung und Geduld. Guckt euch zum Beispiel die Route vorher genau an, die ihr laufen wollt. Wo sind vermeidbare Hürden in der Landschaft? Wie könnt ihr die Mules umlaufen, hier an den gelben Kreisen zu sehen? Wo werden Regenfälle angesagt? Welche Waffen baue ich mir zusammen? Welche der stetig anwachsenden Bauoptionen will ich nutzen? Brauche ich vielleicht einen Transporter oder Materialien für einen Unterschlupf oder eine Brücke? Habt ihr das einigermaßen durchdacht, dann werden die Botengänge zu mühseligen, aber oftmals faszinierend glaubwürdigen Wanderungen im Kampf gegen die Natur. Gespickt mit irgendwie coolen Momenten der ... Tja, Leere. Hinzu kommen die originellen Online-Features. Hat man ein Gebiet mit dem chiralen Netz verknüpft, sieht man die Bauten anderer Spieler und kann beispielsweise ihre Brücken, Generatoren und Fahrzeuge nutzen. Und das ist Gold wert. Später baut man sogar gemeinsam mit anderen Spielern ganze Straßen in die Landschaft, wodurch man der Ecke schneller vorwärtskommt. Und auch der Actionanteil steigt mit der Zeit an, bleibt aber Nebensache. Außerdem bekommt ihr Blutgranaten und Patronen für die GDs und verschiedene Betäubungswaffen für die Menschen. Was die Kämpfer allerdings ziemlich leicht macht. Death Stranding ist eine der seltenen Videospiel-Wundertüten, die tatsächlich einen eigenen Weg gehen. Die komplexe, spürbare Gewichtsverteilung, die physikalischen Widerstände der Natur und die Crafting-Optionen erzeugen eine beeindruckende Spieltiefe. Ein wenig geschmälert durch die schwache Menüführung. Diese Spieltiefe ließ mich aber oftmals total kalt. Das Problem, die Handlung findet bis auf wenige Ausnahmen außerhalb der Botengänge statt. Und das ist gewollt. Ihr seid die meiste Zeit auf euch selbst zurückgeworfen. Lasst ihr euch darauf ein, schenkt euch das Spiel immer wieder kleine Magic Moments. Lauft ihr die Wege nur ab, weil ihr die Story vorantreiben wollt, erscheint euch das Gameplay schnell langweilig und albern überfrachtet. Ich schwankte fast im Stundentakt zwischen diesen beiden Polen. Zumindest eines ist aber sicher. Die üppige Story mit ihren originellen Figuren und Wendungen ist seltsam, bleibt aber faszinierend. Und sie taucht mit der Zeit sogar ab in gesellschaftskritische Tiefen. Ne Prise Kojima-Blödsinn ist trotzdem drin. Badass-Typen tragen Badass-Outfits, aus Sams Fäkalien werden Granaten produziert und die dystopische Welt blinkt irgendwann vor lauter Online-Emojis wie ne Kirmesbude. Kann man aber alles gut ignorieren. Unverzeihlich ist eigentlich nur die rotzfreche, omnipräsente Monster-Energy-Werbung. Ah, lecker! Erst mal schön nach dem Aufstehen die Zähne wegätzen. Was sagt Kojima eigentlich dazu? Herr Kojima, was hat es mit der aufdringlichen Monster-Energy-Werbung auf sich? Kojima, Shoukeno, Monster-Energy, Dukuba. Du bist ein dummer Journalist. Weißt du denn nicht, dass ich schon immer Werbung für Monster-Energy gemacht habe? Monster-Energy, Godzilla, Tsuyuko! Ordner. Monster-Energy, uiuiuui. Herr Kojima, Sie können hier keine Werbung machen. Herr Kojima, Sie ... Das ist ja ekelhaft. So, nun geht es aber um Luigis Menschen 3 und hier sollten Sie nicht wegklicken, denn es wird brisant. Vergessen Sie alles, was Sie bisher gesehen haben, denn jetzt wird es dramatisch. Es geht um Geister, es geht um Verbrechen und um einen spektakulären Gerichtsprozess. Unsere Reporter waren natürlich vor Ort. Erhöhtes Presseaufgebot am Hamburger Strafgericht. Grund für die Präsenz? Im medienwirksamen Juwelensaugerfall wird nach 10 Verhandlungswochen heute das Urteil gesprochen. Der Angeklagte, Luigi M., ist öffentlich bekannt, gehörte zu den ganz Großen, war ein Starspieler im Pilzkönigreich. Und doch stand er meist zitternd im Schatten anderer. Als kleiner Bruder, als Angsthase, als zweite Geige im Klempner-Business. Verwirkt sich hinter dem charmanten Tollpatsch tatsächlich einer der gewieftesten Schwerverbrecher der Videospielgeschichte? Game 2. Herr M., ein letztes Statement, bevor der Richter heute ein Urteil spricht? Nein, nein. Entschuldigung, mein Mandant wird jetzt hier kein Statement abgeben. Wir haben einen Termin darin. Er ist nämlich das Opfer und nicht der Täter. Und das wird das Hohe Gericht heute zweifelsfrei feststellen. Vielen Dank. Der Vorwurf? Vergangenen Sommer soll sich der Angeklagte mit seinem Bruder Mario M., Prinzessin Peach und drei Toads unter dem Vorwand eines Urlaubsaufenthaltes im Hui-Hotel eingemietet haben. Nachdem die Gruppe von Hotelchefin Sarah Schreck persönlich empfangen und auf ihre luxuriös eingerichteten Zimmer gebracht wurde, soll sich die unsägliche Tat noch in der ersten Nacht ereignet haben. Im Schutz der Dunkelheit habe der Klempner das ganze Hotel von oben bis unten leer gesaugt. Ein perfider Trick, bei dem die ansässigen Geistarbeiter nicht nur um all ihr Hab und Gut erleichtert wurden, es soll auch zu erheblicher Sachbeschädigung und schwerer Körperverletzung in hundertfachen Fällen gekommen sein. Die Verteidigung des Angeklagten zeichnet zu Prozessbeginn ein anderes Bild. Man spricht von einer Falle. Luigi M. sei mit seiner Familie zu dem Urlaubsaufenthalt eingeladen worden. Nachts musste er feststellen, dass seine Angehörigen von der Hotelchefin und ihren Komplizen in Bilder gesperrt wurden. Er selbst konnte als einziger vor der Gefangnahme fliehen. Mit purem Glück habe M. im Keller eine Waffe gefunden, mit der er, in reiner Notwehr handelnd, schließlich der raffinierten Hotelfalle entkommen sei. Am ersten Prozesstag wurde zunächst die besagte Waffe in Augenschein genommen. Die Anklage spricht von einem multifunktionalen Todeswerkzeug, das nicht nur fast alles Normale wie Paranormale einsaugen und wegpusten kann. Der Schreckweg-F.Loo sei mit seinen neuen Features geradezu prädestiniert, Geister zu quälen und zu drangsalieren. Im Gegensatz zu älteren Modellen bietet der F.Loo einen sogenannten Druckstrampler, der eine gefährliche Druckwelle entfesselt. Auch ein Saugschuss, der Geistern ihre Schutzschilder entreißt, gehört zum Funktionsumfang. Außerdem verfügt der Schreckweg über den Strohboblitz, eine gleißend helle Blendwaffe, sowie eine Schwarzlichtlampe zur Untersuchung von versteckten Gegenständen. Laut Anklage ein Werkzeug wie geschaffen für Schwerverbrecher. Der Angeklagte selbst hat eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Berichtet er unter Tränen. Auf der Suche nach einem Fluchtweg habe M jedes einzelne Stockwerk durchsuchen müssen. Jede Etage sei sowohl mit einem eigenen schrecklichen Motto als auch abscheulichen Rätseln ausgestattet gewesen. Die Nachfrage des Staatsanwaltes, warum der Angeklagte denn auch noch die extra gut versteckten Juwelen, Buhus und andere optionale Achievements aufsaugen musste, ließ der vorsitzende Richter nicht gelten. Stattdessen wurden die mutmaßlichen Mittäter unter die Lupe genommen. Fluigi, eine grüne Glibbermasse in Form des Angeklagten, soll während der Tatnacht ebenfalls im Hotel gesehen worden sein. Besonders heimtückisch, aufgrund seiner Zusammensetzung kann sich der ominöse Grünling durch schmalste Ritzen drücken und selbst spitze Waffen und Gegenstände können ihm nichts anhaben. Einzig Wasser oder Feuer sollen ihn aufhalten können. Während ihres Raubzugs sollen Luigi und Fluigi als taktische Einheit fungiert haben und so nie dagewesene Puzzle-Schutzmechanismen überwunden haben. Über Funk war der Angeklagte dabei jederzeit mit Koordinator Professor E. Gitt verbunden, eine Art Supergenie und laut Anklage ausgewiesener Geisterhasser. Besonders die skrupellose Gewalttätigkeit des Gangster-Trios sorgte bei den Gespenstern für Entsetzen. In ihrer Aussage schilderten sie den Arbeitsalltag im Hotel und hoben vor allem die Diversität und das Miteinander im Kollegium hervor. Umso schlimmer sei entsprechend die gnadenlose Brutalität des Luigi M. gewesen. Der hätten auch die jeweiligen Etagen-Abteilungsleiter nichts entgegensetzen können. Der Angeklagte selbst verteidigt sein Verhalten als Notwehr. Die Geister jeder Art und Größe, ausgestattet mit gefährlichen Tricks und Waffen, hätten ihn ohne Unterlass bedrängt. Nur mit viel Geschick, Cleverness und dem flexiblen Schreck weg habe er die Angreifer abwehren können. Im Kontrast dazu spricht die Anklage sogar von organisierter Bandenkriminalität. Im angrenzenden Wirrwarturm und dem örtlichen Polterpark seien zeitgleich bis zu acht randalierende Luigis und Fluigis auf ihren Raubzügen beobachtet worden. Wer hat Recht? Wer lügt? Vieles ist unklar in diesem Fall und doch kommt das Hohe Gericht heute zu einem Urteil. Herr Anwalt, Luigi, sind Sie erleichtert über den Freispruch? Ja, in der Tat, Justitia hat heute mal wieder erfolgreich die Wahrheit verteidigt. Das Hui Hotel, das mag auf den ersten Blick vielleicht ein Ort der Wärme sein, bis unters Dach in jeder Etage geschmickt, mit einer fast schon perfiden Liebe zum Detail. Aber in Wirklichkeit ist das alles Fassade. Frau Schreck und ihre Hotelschergen, die führen ein Etablissement des Schreckens, in denen die Fallensysteme und angriffslustigen Geister einzig dem Zweck dienten, meinen Mandanten und seine Familie in die Falle zu locken. Das sieht man auch nicht zuletzt am Wirrwarturm. Wer da nämlich das Pech hat, vielleicht noch mit Freunden gemeinsam hineinzustolpern, der kommt wirklich nur mit Geschick, Kombinationsgabe und Durchhaltevermögen wieder hinaus. Wäre das Ganze jetzt nur ein Spiel, ja, dann könnte man vielleicht sagen, wow, das ist aber klasse. Das sollte man wirklich jedem Zocker ans Herz legen. Meine Damen und Herren, das hier ist aber die bittere Realität. Und in der wurden mein Mandant Luigi M. und seine Familie Opfer schädlicher finsterer krimineller Boshaftigkeit. Vielen Dank. Herr M., wie geht es Ihnen jetzt? Wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Wir müssen nämlich jetzt weiter. Wir haben einen wichtigen Wohltätigkeits-Videodreh. Alles weitere über mein Büro. Ich saug dir alles weg, den Sessel und die Couch, den Kitsch, den du liebst, den Mercedes, den du fährst. Ich saug dir alles weg, die Urne deiner Oma. Ja, du hast recht, das Leben ist nicht fair. Ich saug dir alles weg, die Schuhe deiner Frau, den Tisch, den du liebst und den Besen, den du kehrst. Ich saug dir alles weg, sogar dein Staubsauger. Ja, du hast recht, das Leben ist nicht fair. Tag zusammen, hier ist euer Krogi mit den News und los geht's mit dem Gerücht, dass neuerdings gar keins mehr ist. Nämlich das um die PC-Version von Death Stranding. Die wird es nämlich tatsächlich geben, und zwar im Sommer 2020, wie Kojima Productions via Twitter bekannt gab. Und ein weiteres Gerücht hat sich bewahrheitet. In der letzten Sendung berichteten wir noch darüber, dass Electronic Arts seine Spiele auch wieder auf Steam veröffentlichen könnte. Und genau das hat EA nun bestätigt. Den Anfang macht Star Wars Jedi Fallen Order, welches am 15.November erscheint. Und in den Monaten danach sollen weitere Spiele folgen, darunter FIFA 20, Battlefield 5 und Apex Legends. Wow, die Gerüchte fallen wie die Fliegen, aber keine Bange, da kommt schon ein Neues um die Ecke. Es lautet, Sony arbeitet an einem VR-Ableger von Horizon Zero Dawn. Dies lässt jedenfalls der Tweet des Twitter-User Spooky Callum vermuten. Frei übersetzt sagt er, ich hab kürzlich Wind von einem sehr aufregenden PlayStation-VR-Spiel bekommen, das bei London Studio entsteht. Keine Ahnung, ob's für PS4, PS5 oder für beides kommt, aber es ist wirklich aufregend und es könnte bald eine Ankündigung am Horizont auftauchen. Die Info habe er angeblich von einem Bekannten, der als Playtester arbeitet und diesen geheimen Titel bereits gespielt hat. Mal sehen, ob da was dran ist. Super Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto wurde von der japanischen Regierung als Person des kulturellen Verdienstes geehrt. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr an herausragende Künstler, Musiker, Akademiker und Wissenschaftler vergeben. Tja, und diesmal eben auch an Miyamoto-San. Herzlichen Glückwunsch! Viel Holz für ein Stück Pappe. Bei einer Auktion in New York hat die seltenste Pokémon-Karte der Welt den Besitzer gewechselt. Und zwar für sage und schreibe 195.000 Dollar. Es handelt sich dabei um die Pikachu Illustrator-Promocard, die man im Jahr 1998 nur im Rahmen eines Illustratoren-Wettbewerbs gewinnen konnte und von der es nur 39 Exemplare gibt. Und zum Abschluss noch eine Meldung aus unserer Hometown. Das Hamburger Studio Mooneye hat ein Erscheinungsdatum für Lost Ember bekanntgegeben. In diesem Action-Adventure spielt ihr einen Wolf, der die Form von vielen anderen Tieren annehmen kann. Lost Ember erscheint am 22. November für PC, Playstation 4 und Xbox. Eine Switch-Version folgt später. Das war formierte News. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle schön informiert. Bis dahin, haut rein. Jetzt sag mal. Diese Hammer-Games wollen wir alle in einen Beitrag packen. Das ist alles viel zu gut dafür. Ich könnt mit jedem Einzelnen eine Sendung füllen. Das ist, das ist, was machen wir jetzt? Wir packen die alle trotzdem da rein und dann wird das eine richtig gute Folge von Unter dem Radar. Matrose, wie konntest du dir die ganzen Spielspaßgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar. Es ist wieder Zeit für Unter dem Radar. Und die Ausgabe November 2019 beginnen wir mit einem Spiel, das gar nicht so einfach in eine Genreschublade zu stecken ist. Mutatione. Um euch eine grobe Richtung vorzugeben, bezeichnen wir das Spiel einfach mal als Adventure. Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Kai. Die wird von ihrer Mutter auf eine mysteriöse Insel geschickt, um ihren erkrankten Großvater zu treffen. Der Name verrät es schon. Kai bekommt es auf ihrer Reise mit mehr als nur Menschen zu tun. Nach einem Meteoriteneinschlag hat die Evolution auf der Insel ein paar Abzweigungen genommen und alles Leben mutieren lassen. Das sieht im 2D-Abenteuer nicht nur wirklich charmant aus, sondern ist auch spielmechanisch relevant. Kais Opa war nämlich der Schamane im Dorf. Und weil der seinen Pflichten erst mal nicht nachkommen kann, liegt es an euch, die verwaisten Gärten wieder auf Vordermann zu bringen. Warum das so wichtig ist, will euch der alte Mann vorerst zwar nicht verraten, aber hey, wenn Opa das sagt ... Und das war es im Groben und Ganzen auch schon. Ihr erkundet die Insel und sammelt dabei Pflanzensamen, bringt mit ihnen die örtlichen Gärten wieder in Schuss und redet mit einer ganzen Reihe Figuren. Spielerisch ist Mutatione also keine Herausforderung. Vielmehr ist es ein Abenteuer, das man spielt, um ein bisschen runterzukommen und den interessanten Dialogen zu lauschen. Und für acht bis neun Stunden Spielzeit wird das auch nicht langweilig. Und damit erst mal genug Ruhe für den Moment. Jetzt ist Action angesagt. Sayonara Wild Hearts ist ein Spiel gewordenes Synth-Pop-Musikvideo. Auf einer Woge fantastischer Musik reitend, fliegt, fallt, rast und halluziniert ihr euch durch wunderhübsche Low-Poly-Kulissen. Alles bewegt sich hier von selbst. Ihr müsst nur im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein oder im Takt kleine Quick-Time-Passagen bewältigen. Spielerisch ist es vielleicht nicht ganz rund, gerade weil die unglaublich geile Inszenierung oft hart auf Kosten der Übersichtlichkeit geht. Trotzdem ist Sayonara Wild Hearts für das schmale Geld ein atemberaubender, kurzweiliger Trip. Allein den Soundtrack könnten wir uns immer wieder anhören. Puh, das war gut. Aber jetzt, jetzt braucht ihr erst mal wieder was zum Runterkommen. Erinnert ihr euch noch an Yooka-Laylee aus dem Jahr 2017? Genau, das 3D-Jump'n'Run ehemaliger Rare-Angestellter, das auf den ersten Blick zwar ganz nett aussah, dem in der Praxis aber ziemlich schnell die Luft ausging. Das hat unter dem Namen Yooka-Laylee und das unerreichbare Versteck einen Nachfolger spendiert bekommen. Und um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, macht der einiges anders. Die offensichtlichste Neuerung, gehüpft wird nicht mehr in 3, sondern in 2,5D. So wie z.B.im hervorragenden Donkey Kong Country Returns. Eine gute Entscheidung, wie wir finden. Das Endergebnis ist stimmiger, motivierender und besser als der 3D-Vorgänger. Die 20 über eine Oberwelt erreichbaren Levels sind abwechslungsreich, fordernd, aber nicht unfair und genretypisch vollgepackt mit Sammelkram, der zur Erkundung anspornt. Selbst die Switch präsentiert die hübsche Grafik mit 60 Bildern pro Sekunde. Noch erfreulicher ist aber der Soundtrack. Altmeister wie Grant Kirkhope und David Wise haben wunderbare Stücke geschrieben, die perfekt zu den Themen der Spielwelten passen. Es könnte also alles richtig schön sein, gäbe es da nicht einen Haken. Das namensgebende unerreichbare Versteck ist ein sackschwerer Abschlussabschnitt, der einfach nicht zum Rest des Spiels passen will. Auch mit dutzenden Hitpoints, die ihr euch im Vorfeld erspielen könnt. Bis dahin macht Yooka-Laylee und das unerreichbare Versteck aber sehr viel richtig und deswegen gibt's ne Kaufempfehlung. Der nächste Kandidat hört auf den Namen Concrete Genie. In dem übernehmen wir die Rolle von Ash, einem Jungen, der sich gerne in das verlassene Hafenstädtchen Denska zurückzieht, um zu malen und einfach mal seine Ruhe zu haben. Auswachen, Freak! Na, was gibt's heute zu essen, Ash? Mh! Hup! Ihr habt's gesehen, so richtig klappen will das nicht immer. Was ziemlich negativ beginnt, entpuppt sich aber als Glücksfall. Eine seiner Zeichnungen erwacht zum Leben und spornt Ash dazu an, mit einem magischen Pinsel Farbe und damit Leben zurück in die Geisterstadt zu bringen. Na gut, dann lass uns mal weiterziehen, Funke. Es gibt noch ne ganze Menge Bilder zu malen. Damit das funktioniert, muss er über seine Zeichnungen die Finsternis vertreiben, die ihm immer wieder den Weg versperrt. Das sieht rein optisch wirklich toll aus, ist spielerisch aber simpel. Einfach via etwas fummeliger Gyro-Steuerung oder alternativ über den rechten Stick etwas an die Wand gekritzelt, das war's dann noch schon. Hier und da gibt es ein paar nette Umgebungsrätsel. Richtig herausfordernd ist Concrete Genie aber nie. Warum wir es trotzdem empfehlen wollen? Weil es seine Geschichte gut erzählt, audiovisuell hervorragend gelungen ist und, naja, einfach was ist, um etwas abzuschalten. Ganz im Gegenteil zum nächsten Spiel. Der Name Killer Queen könnte dem ein oder anderen Arcade-Fan schon einmal untergekommen sein. Sagt euch gar nichts? Nicht so wild, Onkel Ingo bringt sofort Licht ins Dunkel. Was in den vergangenen sechs Jahren Arcade-Gängern vorbehalten war, gibt's unter dem Namen Killer Queen Black jetzt nämlich auch für zu Hause. Die Regeln sind simpel. Es gibt zwei Teams, jedes besteht aus drei Arbeitern und einer Königin. Um eine Runde für sich zu entscheiden, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder sammeln und sichern die Arbeiter eine bestimmte Anzahl dieser Bären, reiten eine Schnecke bis über die eigene Ziellinie oder die Königin schafft es, die gegnerische Oberbiene dreimal zu killen. Klingt vom Grundprinzip her simpel, erfordert in der Praxis aber viel Absprache, Reaktionsgeschwindigkeit und Übersicht, die in dem ganzen Kuddelmuddel auch mal verloren gehen kann. Ach, da sind wir. Vor allem auf der Switch im lokalen Koop macht die Mehrspieler-Sause aber ne Mordsgaudi. Etwas schade finden wir eigentlich nur, dass der Map-Pool mit sechs Umgebungen etwas klein ausfällt. Wer Bock auf Mehrspieler-Action hat, kann hier aber durchaus einen Blick wagen. Und bevor wir euch jetzt nach Hause schicken, gibt's noch ein paar Empfehlungen im Schnelldurchlauf. Und der beginnt mit der Switch-Fassung von The Witcher 3. Klar, rein technisch muss man ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Vor allem im Dock-Modus auf der großen Matscheibe fällt das auf. Dass The Witcher 3 auf Nintendos kleinem Kasten mit seinen Lichteffekten überhaupt so schick aussieht, ist aber beeindruckend genug. Dazu bleibt's natürlich ein hervorragendes Spiel, das auch auf der Switch gut von der Hand geht und dank der mitgelieferten DLCs etliche Stunden Fantasy-Fun bereithält. Etwas für Filigram-Techniker ist Lonely Mountains Downhill. Mit nicht mehr als Gas, Bremse und Lenkung fetzt ihr einen Berg hinab. In bester Trials-Manier so schnell und unfallfrei wie möglich. Das sieht einfach aus, erfordert aber eine Menge Übung und Feingefühl. Und weil das Kickstarter-finanzierte Projekt genauso süchtig machend wie intuitiv ist, gibt's auch hier eine Empfehlung. Was für VR-Fans ist Asgard's Wrath? Das kombiniert eine ausgewachsene Fantasy-Welt mit schicken Panoramen und einem Kampfsystem, das auch in VR hervorragend funktioniert. Und bevor ihr euch jetzt fragt, warum wir Disco Elysium gar nicht erwähnt haben, das hat uns so gut gefallen, dass wir in der nächsten Woche etwas genauer darauf eingehen wollen. Bis dahin hab ich erstmal Feierabend. Reingehauen! Das war's auch schon wieder mit Game Two. Bleibt nur noch eine Frage offen, wer schaut eigentlich noch zu? Hallo? Hallo? Ist von euch noch irgendjemand da? Wir wollen uns doch nur gebührend verabschieden. Das gehört sich schließlich so. Genauso wie sich diese Videos anzugucken. Das gehört sich schließlich auch. Wiederschauen. Reingehauen. Ich glaub, wir haben sie... Ich glaub, wir haben sie... Hm? 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 Vielen Dank.